Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wer gibt dir das Recht, wenn du nicht dafür kämst? Wer gibt dir das Recht, wenn du nicht dafür kämst? Wer gibt dir das Recht, wenn du nicht dafür kämst? Wir sind S-Rap, wir sind hier geworden, aufgewachsen, unsere Eltern kommen aus der Türkei. Wir haben begonnen Musik zu machen vor circa schon 10 Jahren. Ich war in einer Hauptschule damals und da waren wir von 24 Schülern, 23 davon Migranten. Weil meine Noten gut waren, bin ich dann in das Gymnasium gegangen und da hat sich das Bild vollkommen gedreht. Da war ich die einzige Migrantin in der Klasse. Danach war es für mich halt voll schwer, auch so die deutsche Sprache war schwer, weil in der Ukraine viel Türkisch gesprochen wurde. Zu Hause wurde viel Türkisch gesprochen und dann habe ich begonnen Texte zu schreiben. Da war ich glaube ich 16 oder 17 und meine Texte haben sich dann irgendwie, die Texte haben sich zu Rap gefunden. Ich habe nicht Rap gefunden, sondern die Texte selber wollten einfach irgendwie schreien, laut sein. Ich weiß nicht wie es euch geht, aber wir rappen sehr viel über Migration. Auf der einen Seite wurde gesagt, du bist Türkei, sehr stolz mit dem was du bist. Auf der anderen Seite wurde gesagt, nein Esra, du bist Österreicherin mit türkischen Wurzeln. Auf der anderen Seite war ich auch der Ausländer, der nicht hier gewollt war. Dann war ich der Tschusch. Ich weiß jetzt noch immer nicht, was ich bin. Und diese Fragen verarbeite ich halt auch in meiner Musik. Komm auf! Aftercesso hat, ich weiß jetzt noch, was ich bin. Ich habe jetzt auch auch immer reagiert. Halt die Reds nach Streetlight, lass uns Feiermann, lass uns los sein Musik bis geht, immer Akkorde zieht rein, alles dreht sich Paradret mit, wie so und das so ist, weil wir alle da sind Wer muss sich anpassen, Finger weg, nicht lang, das Stanzhose anlassen Sind da mit der Klasse, so wie sind alle da, Probleme rammat Heute Gesichter, morgen mit dem Finger, ich bin nur ehrlich man Du bitte bescheid wirst, frag schon warum Das passieren wird, das Leid wird ja schlimmer Und plötzlich ist niemand da, macht der keine Panik vor Ort, der Chush ist immer da Chush ist, Chush ist, Chush ist da, der Chush ist immer wieder da Chush ist da, Chush ist da, der Chush ist immer, immer da Chush ist da, Chush ist, immer da, Chush ist, immer da, Chush ist, immer da Chush ist, immer wieder da So Leute, Texas, wähl ich aus der Sene Rap, Freshmaker, und der Beat, und da mach ich jetzt Rap, Rap wurde super geil, Dynamik ist sicher heiß Fede Rek, getangt rein, wir sind alle Bühne reif Österreich, bildet Wein und das Chush ist aus Rasen, muss aber nachher gehst, nur blicken drauf Versteckt im System, damit es keiner checkt Sprachreiz, Schmacht, Integration Packet Rap ist keiner aufklären, frei von Gesetzen Nimm euch den Job nicht weg, das geht am besten So wissen alle da, Probleme aber Heute Gesichter, morgen mit dem Finger Ich bin nur ehrlich mal, damit ihr bestimmt wisst Sag schon voraus, was war und was das hiermit Vielleicht wird das nicht mehr und plötzlich ist niemand da Macht dir keine Panik vor, der Tusch ist immer da Tusch ist da, der Tusch ist da Der Tusch ist immer wieder da Der Tusch ist da, der Tusch ist da Der Tusch ist immer, immer da Der Tusch ist da, der Tusch ist da Der Tusch ist immer da Der Tusch ist immer wieder da Dankeschön! 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 Dankeschön!